BVB TOTAL im Doppelpass mit der Telekom Ja, eine coole Phase. Also der Wechsel zum BVB ist für mich ein absolutes Highlight. Aus der Kindheit kannte ich natürlich auch noch den BVB und wofür er stand, was besonders war über den Verein. Aber für mich war es eben der nächste Schritt. Also ich will der Beste sein, der ich sein kann. Mit diesem Verein kann ich das, kann ich vor allem von anderen Leuten nähern. Damals war Robert Kovac noch da, der ein Vorbild war auf der Position. Ich dachte echt so, die Konkurrenz hier ist brutal. Ich hoffe, dass ich innerhalb zwei Jahren hier an den Stammplatz arbeiten kann. Und dann hat es halt von Anfang an so gut funktioniert. Und daher waren wir glücklich über die gemeinsame Entwicklung. Das hat dann natürlich umso mehr Spaß gemacht. im Doppelippe links ертв